In einer Welt, in der in Kartenspiel das Schicksal der Menschheit zu bestimmen scheint. Ich bin noch beliebter als Jesus. Ein Junge muss den Mut. Yami hat mich versucht an einer unangenehmen Stelle anzufassen. Und die Fähigkeit besitzen. Ohne die Hilfe meiner Freunde kann ich dieses Duell nicht gewinnen. Kannst du das stattdessen machen? Seine eigenen Grenzen zu überwinden. Diesmal, Yugi, wirst du nicht mehr die Möglichkeit haben, mich zu besiegen. Du weißt einfach nicht, wann es heißt, aufzuhören, oder... Um die Mächten des Bösen zu besiegen. Ich bin ein austauschbarer Bösewicht. Fürchtet euch vor meinen 0815-Motiven. In einem Kartenspiel. Ich werde diese Welt mit meinen überraschend unwirksamen Kräften zerstören. Nicht, wenn ich dieses Monster in die verdeckte Verteidigungsposition spiele. Diesen Sommer. Dies ist weit mehr als nur ein Duell. Macht euch bereit für das größte Kinoerlebnis des Jahrhunderts. Ich bin so aufgeregt, ich könnte mir die Hosen machen. Ups, zu spät. Yu-Gi-Oh, The Abridged Movie. In ihren Rollen, Yugi Muto. Solange ich an das Herz der Karten glaube, wird es eine Fortsetzung unseres Franchises geben. Joey Wheeler. Ist es falsch, wenn mich diese Sache antörnt? Tristan Taylor. Kann ich noch mehr Sprechzeilen kriegen? Scheiß drauf, mach dir einen eigenen Film. Thea Gardner. Stirb, die untoten Freaks! Er erinnert mich daran, mich nicht mit hernzulegen. Seto Kaiba. Yami. Das hier ist mein Film. Hast du verstanden, Kurzer? Mokuba Kaiba. Mach einen Lupin, großer Bruder. Maximilian Pegasus. Ich habe einen unerwarteten Gastauftritt. Mit dabei, Anubis als das große Böse. Ich zerquillt seinen Kopf, ich zerquillt seinen Kopf. Auch präsentieren wir Bakura als Sir, der nicht in diesem Film auftaucht. Keine Sorge, seine Auftritte werden bestimmt auf der DVD und Blu-ray zu sehen sein. Wenn ihr dieses Jahr einen Film sehen wollt, in der es um Kartenspiele geht. Jogi, wir müssen dieses Duell gewinnen. Das Schicksal der Menschheit liegt in unserer Hand. Ach, das sagst du doch immer. Du bist kurz davor, verprügelt zu werden. Dann ist dieser Film eure erste Wahl. Oh mein Gott, hinter mir steht ein riesiger nackter Mann. Dieser Film ist ganz nach meinem Geschmack. All eure Fragen werden hiermit beantwortet. Zum Beispiel, wen liebt Thea wirklich? Hey Thea, es ist jemand in der Nähe. Lass uns doch rummachen. Sei realistisch, Kleiner. Ich will durch dich nur an Yami ran. Wie lautet Yamis richtiger Name? Selbst ich kenne die Antwort nicht. Warum trägt dieser Durland eine Luce Libre-Maske? Und wird Seto Kaiba Yugi Moto besiegen, ohne die Regeln zu brechen? Scheiß auf die Regeln, ich hab Geld! Yu-Gi-Oh! The Abridged Movie, demnächst. Falls ihr euch diesen Film anschaut, kriegt ihr Dutzend freie Karten zusätzlich. Hat jemand von euch eine Halstablette? Diese Stimme bringt mich um. Das war's für game. Ich kann mich um. Ich will euch unter mir und verschaben. Ich kann mich von euch einen Film herausgleichen.